Es ist der Tatort, der Ortenaukreis, wo diese Richterinnen machen immer so einen Scheiß, denn sie vernichten ständig wahnsinnig viel Steuern, auch wenn die Richterinnen alles andere beteuern, so sollte man die endlich, endlich mal feuern. Es ist der Tatort, der Ortenaukreis, wo Kikus und Bräutigaben ständig machen Scheiß, wo die vernichten die Steuern von unserem Staat, ja wo die machen unseren Staat total ganz schlamat, wo die den Staat ganz schlamat, ja total ganz träge, das ist wo ihr wohnt, ganz in eurer Nähe, im amtsgerichten Wolfsburg, das ist das eine und im Landgericht Obenburg, das ist das zweite, wo die die CD-Verträge, CD-Verträge zerstören, daraus die Steuern, die eigentlich dem Staat gehören, den einen Vertrag, das waren 5 Millionen, in dem zweiten 10 Millionen, das muss ich noch betonen, weil die die Steuern zerstören, werden die auch noch versörtert, ja das wird wirklich bald, im Landtag bald erörtert, das sollte man, das ist bald geschehen, hier in Baden-Württemberg, weil die zerstörten Steuern sind, echt ein großer Berg. Es ist ein Tatort, der Ortenau-Kreis, wo diese Richterinnen machen ständig so einen Scheiß, wenn sie vernichten ständig wahnsinnig viel Steuern, und wenn die Richterinnen alles andere auch beteuern, so sollte man die endlich, endlich mal feuern. Tatort Ortenau-Kreis, Tatort Ortenau-Kreis. Tatort Ortenau-Kreis Vielen Dank.